Jemandem Kummer bereiten Jemandem Probleme Jemandem Sorgen machen Durch sein Verhalten bereiteten er seinen Eltern nur Kummer. Sich in die Länge ziehen Andauern Die Sitzung zog sich aufgrund der unterschiedlichen Meinungen sehr in die Länge. Jemandem etwas zur Last legen Jemanden eine Sache beschuldigen Die Staatsanwaltschaft legte ihm verschiedene Verbrechen zur Last. Jemandem zur Last fallen Jemandem hinderlich sein Jemandem lästig sein Kümmert euch nicht um mich Ich will euch wirklich nicht zur Last fallen Lunte riechen Argwöhnen Eine Gefahr ahnen Die Polizei stellte dem Dieb eine Falle, aber der Kerl roch Lunte und verschwand, bevor die Beamten zuschlagen konnten. Ein Machtwort sprechen Eingreifen Intervenieren Befehlen Wenn die Nachbarn weiterhin so viel Dreck im Flur machen, muss ich mit dem Vermieter telefonieren, damit er einmal ein Machtwort spricht. Mangel herrschen an Zu wenig vorhanden sein In unserer Gesellschaft herrscht ein gewisser Mangel an Mitgefühl Maulaffenfeil halten Kaffen Glotzen Nichts tun Viele schaulustige hielten Maulaffenfeil und standen so den Hilfskräften im Weg Jemanden an die Luft setzen Jemanden hinauswerfen Wegschicken Der Wirt setzte den Betrunkenen an die Luft Jemandem den Marsch blasen Jemanden schimpfen Jemanden tadeln Ständig macht er Fehler Der Chef hat ihm jetzt einmal den Marsch geblasen, denn so kann das ja nicht weitergehen Maßnahmen ergreifen Etwas unternehmen Eingreifen Die Firma steckt in finanziellen Schwierigkeiten Jetzt muss man geeignete Maßnahmen ergreifen, um sie zu retten Die Nachfolge antreten Ein Amt übernehmen Nachfolgen Der Minister wird schon bald zurücktreten, aber es ist noch völlig unsicher, wer die Nachfolge antreten wird Jemanden zum Narren halten Jemanden täuschen Jemanden irreführen Irgendwann wird man dich durchschauen Oder denkst du wirklich, du könntest auch in Zukunft alle zum Narren halten? Die Oberhand behalten über Sich behaupten Durchsetzen gegen Obwohl die Gegner ständig angriffen, gelang es uns, die Oberhand zu behalten Die Oberhand gewinnen über Siegen Sich als stärker als andere erweisen Zu Beginn schien die Lage hoffnungslos, aber schließlich gewannen wir die Oberhand Für jemanden Partei ergreifen Sich auf jemandes Seite stellen Warum hast du mich nicht unterstützt bei der Diskussion? Wenn du für mich Partei ergriffen hättest, wäre mein Antrag vielleicht erfolgreich gewesen Jemandem einen Persilschein ausstellen Jemandem bescheinigen Dass er unschuldig ist Vielen ehemaligen Anhängern des Regimes wurde ein Persilschein ausgestellt, weil man ihre Dienste weiterhin benötigte Jemanden an den Pranger stellen Jemanden kritisieren Jemanden verurteilen Man stellt ihn für sein infames Fehlverhalten an den Pranger Einen Prügel zwischen die Beine werfen Jemandem Probleme machen Jemandes Arbeit sabotieren Auf diplomatischer Ebene wirft man unserer Regierung immer wieder einen Prügel zwischen die Beine Prügel bekommen Prügel bekommen Einstecken Geschlagen werden Beschimpft werden Ich werde mich nicht mehr zu diesem Thema äußern, ich habe schon genug Prügel eingesteckt Jemanden zur Raison bringen Jemanden zurechtweisen Jemanden schimpfen Jemanden zur Einsicht bringen Der Betrunkene randalierte und beschimpfte die anderen Gäste Man musste die Polizei rufen, die ihn schließlich wieder zur Raison brachte Jemanden zur Rechenschaft ziehen Jemanden verantwortlich machen Man zog den Verbrecher für seine Untaten zur Rechenschaft Rechenschaft ablegen Sich verantworten Sich rechtfertigen Vor Gericht musste er für alle seine Aktionen Rechenschaft ablegen Auf sein Recht brochen Auf seinem Recht bestehen Unnachgiebig sein Du solltest dich ein wenig kompromissbereit zeigen und nicht immer nur auf dein Recht brochen Rückgrat beweisen Zeigen Seine Meinung vertreten Charakter zeigen Sich nicht beugen Als es Probleme gab Kapitulierte er sofort Er bewies wieder mal überhaupt kein Rückgrat Und wie auch aber auch die Verbrecher Vielen Dank.